Herr Wackerbauer, Sie haben einen Beruf, der eigentlich jeden Unternehmer und jeden Privatmann glücklich macht. Sie bringen Ihnen Geld. Was genau machen Sie? Ich bin Makler für Energie. Ich suche für meine Kunden immer einen günstigen Strom- und Gasanbieter. Ich bin dem Energiespardienst 24 angeschlossen, wo wir eben seriöse Anbieter mit dem Programm haben, ausgewählte Anbieter mit sehr, sehr günstigen Preisen, wo man eben dann dem Kunden einiges an Geld sparen kann. Die meisten Gewerbetreibenden, die haben eben keine 40-Stunden-Woche und haben dann keine Lust, sich am Abend noch ein paar Stunden hinzusetzen und einen Anbieter rauszusuchen. Wir machen auch Privatkunden und eben bei den Gewerbetreibenden ist es natürlich am interessantesten. Und es ist halt da eigentlich, auch wenn man sagt, man benötigt da zwei, drei Stunden selbst, halt eigentlich sehr, sehr viel Geld verdient. Aber die nehmen wir den Kunden ab und das kostet ihm gar nichts. Herr Wackerbauer, die letzte Frage noch. Das Ganze steht unter dem Motto des BDS Kleines Filzteil. Eine Frage, warum sind Sie im BDS? Was bringt Ihnen das? Macht es Spaß? Es ist einfach eine schöne Truppe und der BDS ist einfach so eine Interessensgemeinschaft, wo man eben auch, wie jetzt mit dem Fernsehspot, wo wir eben gemeinsame Sachen machen. Und es ist auch ein Netzwerk. Musik Musik Musik